Mit einem noch nie dagewesenen Konzertmarathon eröffnete Ischgl die Wintersaison 2012-2013. Den Auftakt meisterte die schottische Vollblutmusikerin Amy McTundles. Und dann geben die resten ein Rund für den Geld. Musik 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 Über ihre Präsenz in Ischgl freuen sich auch die Verantwortlichen bei Volkswagen. Der Autokonzern ging bereits während der letzten Wintersaison eine Kooperation mit der alten Lifestyle-Metropole ein und führt diese nun eindrucksvoll fort. Man sieht, dass hier im Hintergrund Amy McDonald singt. Fast 7000 Besucher sind da, Menschen die begeistert sind, heute Ski gefahren, dann begeistert den Golf gefahren. Es ist eine tolle Kooperation zwischen Ischgl und Volkswagen. Sehr emotional, sehr innovativ. Hintergrund, wie gesagt, Amy McDonald, ganz tolle Stimmung. Ich bin sehr zufrieden. Die Gelegenheit, den neuen Golf in traumhafter Umgebung Probe zu fahren, nutzten nicht nur hunderte Skifans. Auch Amy McDonald drehte eine Runde durch die Paznauner Bergwelt. Ich war wirklich interessiert. Ich war wirklich interessiert, wenn ich mich auf der falschen Seite herumschneide gehe. Ich bin auf der falschen Seite steckt. Und die Gare ist auf der falschen Seite. Und alle meine Fahrten sind automatisch, also ich habe eine Auto-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann. Ich war so, wie ich mich, anstatt, wo ich meine Päden auf die Päden für ein paar Minuten gerät. I think I got used to it in the end. Some kind of holes in your spirit, your eyes and your face. Some kind of holes in your prints, your life is like a maze. Like what we all want and what we all crave. And sign off this song so we can dance the night away. Thank you, Chef! Thank you. Thank you.